Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich versuch das mal, auch wenn mir der Schmetterling extrem leid tut Und tatsächlich schnappt sich die Spinne den Schmetterling Und wir können hier das Auge in den Schädel machen Das Loch im Boden ist sehr groß, ich muss ein paar Bretter finden Ja, eigentlich wäre mir was anderes lieber Nämlich gar nicht hier hoch zu gehen, aber egal Hey, hey Onkel Rick, ich habe eine tolle App gefunden Ghostbuster, das ist die beste Geisterjäger-App auf dem Markt Na, ganz toll Ghostbusters, yeah Jetzt kann ich die Ghostbuster-App verwenden, oh nein Schauen wir den mal Voltergeist Fragt sich nur welcher Irgendwie spuckt er die ganze Familie da rum So, wir, achso Ich wollte gerade vorlesen, wir wollten ein Leben mit Gas beginnen Aber das wollen wir natürlich nicht Und hier erhalten sie das Gesicht ihrer Träume Wer denkt ihr auch gerade, was ich denke? Hat Aletta sich vielleicht Das Gesicht von Violetta ausgeliehen? Für immer? Oh, das wäre eklig Das wäre echt eklig Geh zu deiner Mutter Achso, ich muss mir hier rausholen Der Geist könnte ihr etwas antun Ja, also Viola, das wissen wir ja, ist die Lehrerin Und die ist ja Wahrscheinlich Weil sie als Geister rumläuft Und spukt Gestorben Ausgezeichnet Bald ist May in Sicherheit So, mach's gut Oh, doch nicht Oh, was ist denn da los? Mach's gut, May Ich will nicht, Onkel Rick Ich will hierbleiben und helfen Ja, danke schön Geh zu Mutti May, es ist zu gefährlich hier Geh zurück zu deiner Mutter Ich muss die Sache alleine zu Ende bringen